Ich habe gebrickt auf Spellbook-Dogmatiker. Anyway, war es f***ing Labyrinth und er hat mich geradicatert von dem Elfjährigen. Wir haben, ja, jetzt noch ein bisschen Zeit an der Hand, Chat. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, wir haben jetzt noch 10 Minuten bis zur Time. Was wir jetzt in 10 Minuten kurz reinziehen können, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar hat der gute Maurice mal Video und Video gedroppt. Ich habe keine Ahnung, was mit Maurice los ist. Er ist irgendwie, gefühlt hat er zwei Videos hintereinander ordentlich gedroppt. Keine Ahnung, vielleicht haben wir auch Weihnachten und so was. Und das Video heißt, ich habe seit 5 Jahren kein Deck besessen. Würde mich mal interessieren, was der Chat hin zum Spieler zu sagen hat. Und Maurice, der kriegt das ja immer gerne mit, wenn ich auf sein F*** reagiere. Und dann kriege ich im Nachhinein per Privatnachricht einen Anschiss, wenn er sagt, er findet es zum Kotzen, wenn ich durch Videos durchskippe. Darum machen wir das einfach mal. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und heute gibt es etwas ganz Besonderes, denn heute ist Storytime. Ja, Leute, ich jetzt. Okay, eines soweit ich weiß, er selbst besitzt keine Decks. Das ist true. Hat er mir auch schon selber mal gesagt. Ich glaube, er besitzt irgendwie so eine Gammel-Salemangreit-Liste hat er bei sich rumliegen. Also, nichts so sonderlich Gutes. But, er leiht sich halt alle Decks vor Events zusammen. Also, mit allen Metadecks oder so. Das leiht er sich halt aus, meines Wissens nach. Zählt aus meiner Vergangenheit oder vielleicht auch gerade Gegenwart. Geschichten, die mir eben passiert sind. Und heute geht es um das hier. Nein, nicht um Deckboxen, sondern das hier drin. Nämlich. Und wenn ihr Deckboxen braucht, Leute. Halt, stopp. Bevor dieses Video weitergeht, möchte ich dir kurz von meinem Langzeit-Werbepartner erzählen. Von Sleeve Chiefs sind die Jungs, die euren Rücken stärken. Wenn ihr der Meinung seid, dass eure Accessoires zu langweilig sind. Von ägyptisch designten Deckboxen von der PAK-Kollektion bis hin zu Anime-Deckboxen. Von Naruto, Dragon Ball oder One Piece haben sie alles in ihrer Kollektion. Aber neben Deckboxen haben sie auch Matten gefolgt von Artwork-Sleeves und Border-Sleeves. So ziemlich alles mit im Repertoire. Und nicht zu vergessen, releasen sie alle zwei Wochen neue Sachen auf ihrer Website. Alles unten in der Videobeschreibung. Und mit dem Code Nifska5 sparst du 5% bei deinem nächsten Einkauf. Alle Produkte, die ich bei mir im Stream verwende, sind von Sleeves, Matten und Deckboxen. Von dem her, checkt das Ganze ab. Ich liebe ihre Produkte. Und mit den Worten gehen wir auch schon weiter ins Video. Decks. Ja, Leute, ihr habt den Titel schon gesehen. Ich habe fünf Jahre lang kein Deck besessen. Und der andere fragt sich jetzt sicherlich, wie kann das sein und wie hast du Turniere gespielt? Und da will ich eben Stück für Stück drauf eingehen und was die ganzen Gründe waren. Und wie es jetzt ist natürlich. Aber wir fangen einfach mal von hinten an. Ja, ich habe fünf Jahre lang keine Decks gehabt. Also kein eigenes Deck. Jetzt fragt sich wirklich einer. Okay, interessant. Warst du nicht bei YCS, Nationals, Europameisterschaften oder Messen oder ähnliches? Welche Decks hast du denn da benutzt? Naja, was soll ich sagen? Die gehörten halt jemand anderen. Nein, also wir schlüsseln das Ganze mal auf. Und zwar, ich habe zwar selber kein aktives Deck gehabt, besaß aber natürlich trotzdem das ein oder andere, die eine oder andere Stable-Karte. Also ich habe Ashes gehabt, ich habe Impermanence oder ähnliches gehabt, eben verschiedene Karten, die man so in jedem Deck braucht. Also die hatte ich schon. Ich hatte nicht komplett gar keine Karten, aber eben nicht alle Karten. Gerade um Deck-Course hatte ich ebenfalls nicht. Und bei Deck-Course war es so, naja, es gab halt die Möglichkeit, den Deck-Door jetzt zu kaufen oder ihn zu leihen. Und das ist tatsächlich etwas, was ziemlich, ziemlich common ist bei Leuten, die viel High-Competitive spielen tatsächlich. Maurice, seine Begründung wird wahrscheinlich gleich droppen, wieso er so macht. Aber bei Leuten, die sehr, sehr krass auf viele Turniere fahren und wirklich denen alles egal ist, außer gewinnen, die leihen sich gerne mal Decks zusammen. Die haben halt keine emotionale Bindung zu irgendwelchen Karten, was ich irgendwo nachvollziehen kann. Denen ist wirklich alles scheißegal. Das ist jetzt nichts mit, ich habe keine Lieblingskarte XYZ. Sondern die sagen, ich will aufs Event gehen, mir ist aber Deck XY viel zu teuer. Digga, kannst du mal ausleihen, brauchst du gerade. Es gibt den ein oder anderen Spieler, der mich immer wieder anhaut. Ey, Nivska, kannst du mir eine Karte ausleihen? Weil ich so ziemlich jede Staple-Karte unter der Sonne besitze. Also halte ich ja auch das ein oder andere Mal als Bank für solche Player her tatsächlich. Habe ich auch schon gemacht. Und das hat einfach den Vorteil gehabt, dass ich sehr viele Leute kenne und gerade auch viele Leute, die nicht zu jedem Event fahren. Bedeutet also Leute, die eben nicht auf ein Event fahren, ich aber schon, aber trotzdem Metadecks haben. Naja, was sollen die machen? Die Karten liegen eh zu Hause rum. Dann haben sie mir die einfach netterweise geliehen, was mega nett war. Und dadurch hatte ich eben die Möglichkeit, trotzdem Full Power Meta zu spielen, ohne das Deck überhaupt selber besessen zu haben. Ja, und auch allgemein auf anderen Events, selbst wenn Freunde mitgekommen sind. Man kennt es ja von anderen Freunden auch, dass wenn man sagt, ey, du hast doch zwei Decks. Du hast Deck X und Y. Wenn du Y spielst, darf ich Deck X haben, also zumindest den Core. Wie gesagt, Staples hat dich zum größten Teil ja selber. Ja, das muss ich auch sagen für alle jetzt. Bitte, was Deck-Cores betrifft, ja, kann man so ähnlich machen. Aber wenn du jetzt neu bist, vor allem das Ganze. Das Erste, was ich jedem Einzelnen empfehle, der jetzt auch im Yu-Gi-Mi drin ist, Deck-Core hin oder her. Die werden alles irgendwann mal hinfällig oder sowas. Kauf dir erstmal deine Staple-Karten, weil ein Deck-Core wie jetzt zum Beispiel das Snake-Eye-Deck. Snake-Eye ist jetzt gerade so das beste Deck, ne? Kann aber sein, dass Snake-Eye bald nix mehr geht. Also wirklich straight up wertlos ist. Also jetzt lass einfach mal, keine Ahnung, Snake-Eye, Ash wird gebannt, dann wird auch der Flame-Berg-Dragon billiger. Aber die Ash-Blossoms, die Triple-Tactics-Talents und deine Imperms in diesem Snake-Eye-Deck und Co., die wirst du weiterhin spielen können. Natürlich, wenn du gewisse Staples nicht spielst, da haben wir zum Beispiel Droplet. Droplet war ja lange Zeit eine sehr teure Karte. Und da war es natürlich so, nicht jeder hat die Karte gespielt. Und wenn man dann zum Beispiel selber gedacht hat, ich spiele die Karte, aber dein Kumpel nicht, dann kann man sagen, ey, wenn du die nicht spielst, darf ich die denn spielen? Und ja, so war es dann halt öfters. Es ist die Frage, was sind Staples? Das kann man kurz beantworten. Für was ist Staples, für alle, die nicht wissen, was eine Staple-Karte ist, Karten, die du in jedes Deck reinschieben kannst. Eine Aschenblüte und freudiger Frühling, oder wie die heißt, kannst du in jedes Deck reinschieben. Eine unendliche Unbeständigkeit heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, kannst du in jedes Deck reinschieben. Das sind einfach nur Karten, die du komplementär zu deinem Deck-Core, Fluandories, True Draco, Snake Eye und so was. Das sind einfach nur komplette Karten, die du zu diesem Deck mit reinschiebst. Und das war's. Dementsprechend genau diese Karten geliehen bekommen habe. Warum spiele ich kein eigenes Deck? Macht doch komplett Sinn. Ich meine, man spielt aktiv Yu-Gi-Oh, geht aktiv zu Turnieren. Da wäre es doch sehr sinnvoll, auch Decks zu besitzen. Macht irgendwie Sinn, oder? Naja, das Ding ist folgendes. Im Jahr gibt es so, sagen wir mal, sechs Groß-Events. Und davon kann ich nicht mal zu allen gehen. Also sei es halt, ist es ein Land, wo es sehr teuer ist, wo ich sage, boah, nee, muss jetzt nicht. Oder einfach zeitliche Gründe. Kann auch einfach sein, dass man wegen der Zeit einfach nicht dahin reisen kann. Heißt, man hat im Jahr zwischen vier und sechs Groß-Events. Das bedeutet, so oft geht man zum Turnier. Man kann theoretisch zu Locals gehen, aber ja, leider, ich habe keine Locals. Das bedeutet also, ich kann nicht mal eben mit meinem Deck, was ich ja geholt habe, jede Woche spielen. Sondern ich kann eben nur zu diesen Groß-Events gehen. Bedeutet also, da macht ein Deck wenig Sinn. Natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, und zwar, dass man eben einfach ein Deck hat für Freunde. Aber auch hier, mein Freundeskreis haben so gut wie alle aufgehört, mit Yu-Gi-Oh zu spielen. Bedeutet also, ich habe quasi keinen Freund mehr hier im näheren Umkreis, der eben ebenfalls Yu-Gi-Oh spielt. Heißt, man eben eine lockere Runde, also sagen, ey, komm, abends vorbei, in dem Deck mit. Wir zocken eine Runde. Ist auch nicht der Fall. Aber, äh, erstens, Phoenix, danke für deinen Prime-Sub, der 21. wichtigste. Zweitens, wenn es jetzt wirklich so der Fall ist, also so wie es Maurice macht, ist tatsächlich smart. Muss man jetzt halt auch sagen. Wenn du keine Locals hast, die du besuchst. Man muss schon sagen, straight up, ich glaube, wenn ich in Maurice seiner Verfassung wäre, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch irgendwas mit Yu-Gi zu tun haben wollen würde. Wenn ich ehrlich bin. Das ist aber nochmal ein komplett anderes Thema. Er geht auf keine Locals. Er hat keine Kumpels, die mit dem Yu-Gi spielen. Er spielt keinen Remote bei uns auf dem Discord-Service. Also wirklich, er spielt nur Master Duel hin und wieder. Vielleicht macht ihm Master Duel so dermaßen viel Spaß. Dann ist es wieder eine andere Thematik. Aber wenn er wirklich so kein Casual Yu-Gi spielt, sondern nur Meta-Level, muss ich sagen, das ist mir persönlich zu eintönig. Ich besitze Snake Eye. Ich habe Snake Eye in meinem Leben viermal gespielt und da war mir schon langweilig von dem Deck. So, definier mal, nee, unter 25, 30 Minuten ist das bei mir auch nicht so. So, mein lieber Soradler, ich zum Beispiel der einzige Grund, warum ich noch Yu-Gi spiele, ist, weil ich Remote Duel spiele. Hätte ich jetzt Remote Duel, darum habe ich ja mitunter die Tetsige Online Locals gegründet, damit ich einen Ort habe, um Yu-Gi-Oh! Karten zu kaufen und zu spielen. Wenn ich wirklich keine Begründung hätte, mit Yu-Gi-Oh! Karten zu spielen, wie jetzt hier Remote, wie wir es jetzt hier gerade haben, würde ich straight up gar kein Yu-Gi spielen. Mich, das ist jetzt auch eigene Meinung, mich interessiert der Master Duel nicht. Wenn ich keinen Remote hätte, würde ich straight up gar keinen Yu-Gi spielen und dann wäre das der Moment, wo ich bei mir auf meinen YouTube-Channel hochlade. Leute, ich kann keinen Remote mehr spielen und ich spiele keinen Remote mehr. Ich finde Master Duel doof. Es wird bei mir entweder, ich mache gar keinen Content mehr oder es wird keinen Yu-Gi-Content geben. Remote Dueling ist wirklich das Einzige, was mir noch Yu-Gi gerade irgendwie Freude macht. Irgendwie so, wenn ihr versteht. Ich habe letztens einen YouTube-Kommentar von mir gelesen. Ey, Nivska, warum spielst du nicht mehr Master Duel? Da ist doch Pendel besser. Ich liebe ja Pendel so sehr. Ja, das ist true. Pendel ist besser als Master Duel, weil dort haben wir Elektromite. Das Problem ist aber, mir geben digitale Kartenspiele persönlich gar nichts. Maurice ist da wiederum anders. Er hat da Freude dran und das gönne ich ihm auch und das soll er auch haben. Ich brauche halt echte Karten, in denen ich in der Hand spielen kann. Entweder sei es auch durch Remote oder als Wixer-Glocals. Also ich brauchte wirklich die Decks nur eben für die Groß-Events und ja, da lohnt sich das faktisch einfach gar nicht, eben ein Deck sich zu holen. Doch jetzt freuen wir uns natürlich, wie habe ich das früher gemacht? Naja, früher war es wie folgt. Früher war es so, dass ich vor einem Event geguckt habe, welches Deck ist für mich mit das stärkste Deck. Und dann wurde das Deck gekauft. Ja, komplett gekauft. Und nach dem Event wurde das Deck komplett verkauft. Heißt, kaufen, verkaufen. Der Vorteil ist jetzt, wenn das Deck sehr gut war und auch danach noch sehr gut performen würde, weil das noch länger Meter ist, dann wird dieses Deck deutlich teurer sein nach der YCS oder ähnliches. Ja, das wird davor deutlich teurer sein und danach wird es deutlich schlechter sein, weil danach ist es, naja, Event ist vorbei. Der einzige Grund, warum so ein Metadeck teuer wird von Event ist halt, weil die Leute toppen wollen damit. Also man hat Plus gemacht. Umgekehrt, wenn eine Banlist in der Zeit gekommen ist oder ein neues Set kommt oder so das Deck rausrotiert, dann machst du natürlich Minus beim Verkauf. Heißt, ich habe oft Plus gemacht, aber auch oft Minus gemacht. Am Ende, sag ich mal, ist es Plus, Minus, Null. Ich meine, es ist so und da hat man das Deck gehabt. Aber wie gesagt, dann, ja, hat sich das nicht mehr so gelohnt, finde ich. Und dann hatte ich auch die Freunde und die Leute, die mir die Karten geliehen haben und dann hat das Ganze gepasst. Dementsprechend macht es natürlich Sinn, dass ich das so gemacht habe. Und ich muss sagen, auch all time, letztendlich würde man sagen, am Ende war es einfach teurer, als selber die Decks holen. Man denkt jetzt, ja, ist ja voll smart, hast du ja nie einen Cent ausgegeben. Naja, darf nicht vergessen, die Karten müssen zurückgeschickt werden und ähnliches. Sie sind teuer, müssen versichert sein. Also nicht, dass ich mich beschwere, ne, auf keinen Fall. Aber Geld hat das Ganze natürlich trotzdem gekostet. Und natürlich auch. Ja, wenn du Karten ausleihst, natürlich, du hast es hier Versandkosten. Aber es ist nicht im Ansatz, muss man jetzt halt auch sagen. Es ist nicht mal ansatzweise so teuer, als wenn du jetzt Karten kaufst oder sowas, muss man das halt auch sagen. Natürlich auch Sicherheit, ne. Also wenn Leute mir Karten leihen und sie danach beschädigt sind, von mir natürlich, dann natürlich ersetze ich die auch. Also das ist natürlich klar. Das haben wir bei eigenen Karten natürlich nicht. Man ärgert sich natürlich, wenn eine Karte irgendwie einen kleinen Kratzer bekommt, einen kleinen Knick oder ähnliches. Aber es ist halt deine Karte, du willst ja eh spielen, von daher ist ärgerlich, aber ist okay. Aber wenn du jemand anderes die gibst, von dem die nimmst, dann beschädigst und zurückgibst, naja, vielleicht wollt ihr die Karte danach verkaufen. Die ist ein bisschen problematisch dann, ne. Von daher natürlich mit fremden Karten immer gut umgehen. Definitiv ist das auf jeden Fall eine Sache, die man beachten sollte. Und wie gesagt, allgemein dann spontan doch noch gewisse Karten holen oder ähnliches. Auch wenn man nicht mehr so viele Karten holen müsste. Ich glaube, am Ende ist das wirklich deutlich teurer gewesen, als hätte man jetzt einfach eben die ganze Zeit sich Karten geholt, die gespielt, dann wieder passend verkauft. Mit passend meine ich, man will das Deck nicht mehr spielen oder weiß, ja, Reprints kommen bald oder ähnliches. Dann kann man das Ganze ja wieder verkaufen. Ich glaube, am Ende wäre man damit besser gefahren. Aber ich habe mich dazu entschieden. Und ich glaube, wenn du erstmal da drin bist, da kommst du erstmal so schnell nicht raus. Apropos so schnell nicht raus. Ja, das hier ist meine Deckbox und da ist ein Deck drin. Wie kann das denn sein? Was hat er sich denn jetzt geholt? Also ich weiß nur, er hat einen Salad-Pile irgendwie so aus. Aber ich habe keine Ahnung, ob er sich nochmal irgendwas geholt hat. Komm schon, Maurice. Magis Spector, I believe. Da kriege ich eine Privatnachricht. Bist du dumm? Ich will doch keinen Pendel. Bistock hat gesagt, du hast kein Deck. Naja, das Ganze hat sich geändert, denn ich habe mir jetzt doch wieder ein Deck angeschafft. Und auch allgemein in Zukunft werde ich wieder eigen... Zeig mir bitte, wie base du bist und zeig mir, dass das ein Pendel-Deck. Kappa. ...decks besitzen. Ich kann dazu ja auch mal ein Video machen, wo ich das Ganze vorstelle und auch erkläre, wie das Ganze ist. Denn dieses Deck, was ich hier geholt habe, ist Chimera-Branded. Und das ist... Chimera-Branded. Okay, er muss was Gutes spielen. Da setze ich jetzt mal den Aluhut auf. Kein Mare-Branded ist ja auch nur so mittelmäßig. Wahrscheinlich mag er das Deck einfach nur. Aber vielleicht muss es sonst wieder was im Team rausgeschmissen. Weil Leute, viele Leute wissen es ja nicht. Wir gehen jetzt mal in die Sektion runter. Werbung, Konami, Ultimate Guard. Was ist denn da? Ha! Vielleicht wusste das der eine oder andere nicht. Aber Maurice ist bei Jungs. Ein Deck, was zum Zeitpunkt, als es rauskam, natürlich sehr stark war. Auch Regionals Tops und ETC hatte. Aber natürlich nicht das absolute, zerstörische, beste Deck war. Aber mir war eins klar. Gerade weil das so ist, wird das Deck natürlich von der Verbotsliste nicht gehittet. Was natürlich sehr schlau ist. Ja, er kauft sich Decks, die nicht von der Bandits geht. Werden verstehen, macht auch vollkommen Sinn. Weil das heißt, dieses Deck ist sehr lange spielbar. Klar wird es gepowergript. Oder es werden Decks kommen, die besser gegen das Deck sind oder schlechter gegen das Deck sind. Von daher war mir auch klar, dass das man natürlich bedenken musste. Aber ich wusste auch, dass Illusion natürlich immer weiter Support bekommt. Und jetzt natürlich passend, Illusion bekommt neun Support. Man kann jetzt Kamara anders spielen, theoretisch. Das heißt, man kann das Deck auch verbessern und immer wieder upgraden. Und das ist ein guter Zweck. Und allgemein wollte ich auch ein Deck haben, was natürlich gerade auf Messen, viele wissen es ja, dass ich auch auf Messen bin, dass man auf Messen ein Deck hat, wo man eben gegen Zuschauer spielen kann. Und da finde ich es eigentlich schon besser, wenn man nicht gerade Tier 0, Ja, macht schon Sinn. Macht schon definitiv Sinn, wie er sagt. Null ist oder Tier 1 Deck nimmt und dann eventuell ein Anfänger komplett zerlegt. Das ist dann schon cooler, wenn man eben ein Deck hat, was vielleicht nicht ganz so krass performt. Da habe ich auch eine Situation gehabt, da war ich auf der Weisers Dortmund. Da kam ein Junge auf mich zu. Hey Nipska, ich will mal gegen dich Duell spielen. Hier gegen mein Vorbild oder so was, hat er gesagt. Ja, er wollte gegen mich spielen. Dann habe ich gedacht, okay, cool. Hm, wie alt wird er sein? Elf. Gehst du mal nicht so ran? Spiel ich Spellbook? Nice. Ich habe gebrickt auf Spellbook Dogmatica. Anyway. Anyway, war das f***ing Labyrinth und er hat mich geradicatert von dem Elfjährigen. Yeah. Dann hat man eben so den Zwischenweg. Man hat ein Deck, was auch durchaus gut ist, auch gut funktioniert und auch eben in sich stimmig ist, aber im Umkehrschluss nicht komplett übertrieben. Ja, genau. Und dem Sprechen habe ich mir das Deck geholt, auch weil natürlich in Real Life viel, viel cooler ist. Ich liebe es. Ich spiele sehr viel Master-Do und alles. Macht mir auch sehr viel Spaß. Aber, Kinas, wir gehen jetzt gleich noch in die letzten paar Sekunden rein, sonst kippen fühlt mich noch Maurice. Aber wir haben die nächste Runde, der Tziger Online-Locus geht jetzt los. Muss jetzt gerade mal rein. Mein Gegner wartet wahrscheinlich schon. Ja, dann ziehe ich den mal kurz hoch in den Table. Einmal dürft ihr raten, was Niewska danach vergessen hatte. Bitte sei nicht zu streng mit ihm, Maurice. Und Entschuldigung, dass er deinen Namen nie richtig aussprechen kann. Bis zum nächsten Mal.